Das heißt, unsere Tochter wird niemals laufen können. Und sie wird blind und taub sterben. Die Lebenserwartung liegt bei einem halben bis zu zwei Jahren. Ich denke, du weißt dein ganzes Leben, dass du Medizin studieren willst, oder? Nein. Denn wir werden tatsächlich operieren müssen. Nein, ich will nur nicht unnötig Schmerzen haben. Was einen Wert hat, hat auch einen Preis. Sie wäre extrem teuer, zwei Behandlungszyklen A 250.000 Euro. Der Mensch aber hat keinen Wert, er hat Würde. Warum geht ihr eigentlich alle davon aus, dass ich Ärztin werden möchte? Tränenfluss, stopp! Sie ist wach! Feli? Komm doch schlafen. Es ist schon zu spät. Hallo? Ich habe keine Zeit mehr bei Feli, die zählt ja 400 Tag. Das wird bei der Kasse nie und nimmer durchgehen. Katja hat erzählt, ich habe gestern über das Studium gesprochen. Ich dachte, du hättest dich schon entschieden. Habe ich auch.